. Mein Highlight dieser Woche war beim Zeichnen. Ich konnte viel Neues lernen. Ich habe Energie gesehen, wie bei meinen Projekten Solarkocher. In der ersten Hälfte war ich mit Streetdance. Wir hatten einen Choreo-Tanz. Die haben wir auch aufgenommen und kann man anschauen. Dann habe ich auch noch Energiebilder gezeichnet. Am Anfang dachte ich, das kann ich eh nicht zeichnen. Es ist wirklich ein Hammer rausgekommen am Schluss. Bis zum nächsten Mal.